Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer, schön dass ihr eingeschaltet habt bei einem neuen Video von mir, einem Einführungsvideo in das neu erschienene F1 Fantasy Spiel von Formel 1. Was ist F1 Fantasy? F1 Fantasy ist im Prinzip eine normale Fantasy League, wie es sie auch in zahlreichen anderen Sportarten gibt, ob jetzt Fußball, Rugby, Baseball oder whatever. Aber es ist ein Standardding, was eigentlich wie gesagt sehr viele zahlreiche Sportarten haben. Was macht man da? Nur ganz kurze Erklärung für die, die keine Ahnung haben, was das ist. Man erstellt sich auf Basis realer Teams und realer Fahrer, beziehungsweise in anderen Sportarten, realer Vereine, realer Spieler, sein Fantasy Team und je nachdem wie gut die Spieler in der Realität performen, wie gut sie in der Realität spielen, so gut schneidet dann auch das eigene Team ab, deine Zusammenstellung ab und so viele Punkte macht man dann. Und dann zeigt sich am Ende heraus, wer sein bestes Team zusammenstellen konnte, wer da am besten gearbeitet hat. Und jetzt hat auch endlich mal Formel 1 nachgezogen und da ein offizielles Fantasy League Spiel herausgebracht. Und hier F1 Fantasy, how to play. Sign up for free and get started today. Powered by PlayOn. Step 1, pick your team. Also wähl dein Team aus. Hier sieht man schon Fahrer, Verstappen, Vettel, Hamilton. Guck dir das Ganze live an und guck wie die Fahrer Punkte machen und siege. Und ja, ich habe mich schon angemeldet und registriert und bevor ich aber mit euch das Ganze jetzt dann mache und mein Team zusammenstelle, müssen wir uns natürlich erstmal die Regeln anschauen, wie exakt denn eigentlich diese Punkte zusammenberechnet werden, die man für einen Fahrer oder ein Team macht. Damit man überhaupt planen kann, wie man denn das Bestmögliche rausholt. Wie gesagt, pick your team. Wählen sie ein Team aus 5 Fahrern oder einem Konstrukteur auf einer Basis von einem Budget von 100 Millionen US-Dollar aus. Wie gesagt, man hat am Anfang 100 Millionen US-Dollar zur Verfügung und muss auf Basis dessen sich ein Konstrukteur und 5 Fahrer zusammenstellen. Dein Team wird Punkte erfahren, basierend auf der aktuellen Performance des Fahrers im Grand Prix. Sie müssen also, also sie müssen auch einen Turbo-Driver auswählen. Okay, diesen ganzen Kram kann ich euch gleich erklären, wenn wir das live machen. Joining Leaks, ja man tritt dann Liegen bei, indem man dann mit Freunden oder anderen Liegen gegeneinander antritt und dann sieht, wer der Beste ist. Und das ist jetzt alles nicht ganz so wichtig für uns. Für uns jetzt wichtig ist das Point-Scoring-System. Wie werden Punkte gemacht? Und hier sieht man schon, did not progress to Q2. Also ich muss auch sagen, ich werde jetzt nicht mehr exakt erklären, was jetzt Q2, was Q2 oder was Q3 ist. Wenn ihr keine Ahnung von Formel 1 habt, dann ist dieses Video wahrscheinlich nicht das sinnvollste von euch. Auch wenn ich finde, dass sowas wie die F1 Fantasy ein guter Einstieg sein kann, in die Formel 1 einzusteigen. Also ein guter Einstieg in die echte Formel 1 sein kann, weil man sich dann aktiv mit der Formel 1 auseinandersetzt. Wenn man sich hier sein Team zusammengestellt mit bestimmten Fahrern und dann ein Rennen guckt und dann ein Rennen aus einer anderen Perspektive schaut, weil man sich anschaut, okay, wie gut oder wie fahren gerade die Fahrer, aus denen ich mit meinem Team zusammengestellt habe. Und man dann automatisch dazu gebracht wird, sich damit auseinanderzusetzen. Deshalb finde ich es auch gar nicht so schlecht, mit so einem Fantasy-Spiel auch in die echte Formel 1 einzusteigen. Das kann eigentlich, finde ich persönlich, hilfreich sein. Also bei mir war es so, dass zum Beispiel, oder bei Fußball ist, glaube ich, das bekannteste Beispiel Comunio. Das ist auch, wie gesagt, so ein Fantasy-League-Spiel nur mit der Deutschen Bundesliga. Und das führt dann auch dazu, dass man, wenn man sich ja sein Team mit Spielern zusammenstellt, man automatisch gezwungen wird, sich dann halt auch mit den Spielern und den Vereinen oder so auseinanderzusetzen, mit denen man sich normalerweise nicht beschäftigen würde. Und das finde ich dann durchaus bereichernd und sorgt dann auch dafür, dass man tiefer in den Sport einsteigt. Und deshalb ist F1 Fantasy vielleicht auch was für Leute, die in die echte Formel 1 mal einsteigen wollen und sich damit beschäftigen wollen. Und deshalb traut euch und macht einfach mit. Und das soll eine Art Einführung sein und ein bisschen Vorstellungsvideo für, wie gesagt, F1 Fantasy, falls ihr davon noch nichts mitbekommen habt und Lust habt. Aber wie gesagt, jetzt das Qualifying, alles werde ich nicht mehr erklären. Aber man sieht ja schon, man kriegt hier verschiedene Sachen, Punkte. Hier, das ist wichtig, Qualified, Head of Teammate. Das gibt zwei Punkte, wenn man einen Fahrer hat, der sich besser qualifiziert hat als dessen Teamkollege. Das ist wichtig, weil dadurch hat man einen gewissen Nachteil, wenn man in seinem Team zwei Fahrer aus dem gleichen Team hat. Weil das dafür sorgt, dass man quasi einmal das Potenzial von diesem Bonus hier verliert. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt Vettel und Raikön hat, die fahren beide Ferrari. Und wenn man sich Vettel vor Raikön qualifiziert, kriegt man diesen Bonus hier für Vettel. Aber Raikön kriegt natürlich diesen Bonus nicht. Wenn man jetzt aber statt Raikön einen Verstappen drin hätte und Verstappen sich vor Riccardo qualifiziert, dann kriegt man den Bonus schon. Also wenn man zwei Fahrer aus dem gleichen Team liebt, verliert man quasi diesen Bonus. Denn durch Qualifying, Qualifying Position, da gibt es für die hier nochmal Punkte. Das ist alles nicht so interessant. Finished, raised, finished, ahead of a teammate. Hier gibt es nochmal diesen Bonus, nochmal drei Punkte. Das sind allein schon fünf Punkte, die man dann verliert, wenn man zwei Fahrer aus dem gleichen Team hat. Finished, raised, position, gain. Das ist auch sehr interessant. Es wird nicht nur hier unten bewertet, wie ein Fahrer quasi seine Endplatzierung gemacht hat, sondern es gibt halt auch Punkte dafür, wie viele überholt wurde. Also zwei Punkte für jeden Platz, den man gemacht hat, aber auch Minuspunkte für verlorene Plätze. Was Fahrer auf hinteren, die von weiter hinten starten und sich meistens nach vorne kämpfen, durchaus interessant macht und gute Punkte Garanten sein können, insbesondere im Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist eine der wichtigsten Sachen in solchen Fantasy-Managern. Weil man kann sich natürlich jetzt versuchen, Hamilton und Jens zu holen. Aber man muss schauen, wie viele Punkte fährt der Fahrer für den Preis ein, den ich für den Fahrer bezahlt habe. Und bei so Sachen hier zwei Punkte, für jeden Platz, den man sich nicht erholt hat, Kanten. Ein Fahrer, der günstig ist, aber der weiter hinten ist und meistens ein paar Plätze nach vorne kommt, schon eine sehr gute Partie sein. Dann ist auch noch interessant, did not finish, raised, gibt minus 15 Punkte. Das ist natürlich insbesondere im Moment der Red Bulls. Die Red Bulls, die haben ja im Moment irgendwie ihre technischen Probleme so. Allgemein, Renault-Motoren weiß man auch nicht so, wie werden die über das Jahr hin performen. Wird da vielleicht McLaren, wird da eine Renault auch Probleme kriegen. Red Bull, muss man sagen, in Bahrain beide ausgefallen wegen technischen, nein, na gut, Riccardo ist wegen technischen Problemen ausgefallen, Verstappen ist wegen eigenem Problemen ausgefallen. Und dann in China hätte Riccardo sich fast gar nicht mehr ins Qualifying geschafft, noch ganz knapp auf die Sekunde quasi noch im Qualifying fahren können. Sonst hätte er sich noch nicht mal fürs Rennen qualifiziert. Dann hätte er natürlich den Sonderantrag an die FIA stellen müssen, dass er, glaube ich, doch starten darf, die Prozedur. Aber ich muss sagen, der Red Bull hat noch so seine technischen Schwierigkeiten. Und das ist minus 15 Punkte, das ist schon nicht ohne. Und wenn man sich dann für viel Geld in Riccardo oder Verstappen oder Team Red Bull holt und die dann irgendwie oft technische Defekte haben, hm, weiß ich nicht. Disqualifikation gibt hier noch und hier gibt es Minus. Und dann gibt es, wie gesagt, die Platzierung. Hier gibt es dann noch Streaks. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier auf die Teamzusammenstellung. Hier sehen wir schon, wenn ihr übrigens auch F1 Fantasy spielen wollt, ihr müsst einfach auf die Webseite gehen, Formula1.com. Dann geht ihr unter Gaming und dann seht ihr da schon Fantasy. Da müsst ihr euch registrieren. Ich musste, glaube ich, noch nicht mal eine Bestätigungs-Mail oder so machen. Einfach kurz da ein paar Daten angeben und registrieren. Mega einfach, das ist ein paar Sekunden gemacht. Und dann seid ihr auch schon hier drin und könnt euer Team erstellen. Was ich jetzt mal mit euch zusammen machen werde. Man kann sein Team bis zum Start des ersten Rennens jetzt, was hier jetzt der Fall bei Aserbaidschan ist, so viel bearbeiten, wie man will. Ab dann kann man das nicht mehr so komplett ohne Probleme bearbeiten, wie man will. Wir haben hier ein Budget von 100 Millionen. Ich würde mal sagen, wir können hier die Fahrerlinks sortieren nach einem Preis. Wir sehen schon, Hamilton kostet 29,8 Millionen. Ich glaube übrigens, dass die Fahrer nach ihrem Können aus der letzten Saison hier bewertet wurde preislich. Denn zum Beispiel in Paris kostet hier 12 Millionen oder im Korn 11,3 Millionen. Das ist verhältnismäßig teuer für die beiden Force India-Fahrer, die momentan in der Form 1 ja überhaupt nicht performen können, weil der Force India seine Probleme hat. Und ich vermute mal, dass hier sehr viele Werte auf Basis der letzten Season gemacht wurden. Auch bei den Konstrukteuren ist hier Mercedes mit 30 Millionen, Ferrari mit 27,5 Millionen. Und aktuell scheint es ja so, als wären Ferrari und Mercedes durchaus gleich auf, was die Pace angeht. Also da muss man dann mal schauen, da kann ich das auch mal nach den Preisen sortieren. Wie ich das Ganze jetzt angehe, um zur Sortierung der Fahrer, beziehungsweise wie ich das jetzt einordne. Race Details können wir unten auch schauen. Der Aserbaidschan Grand Prix, Practice, 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 Qualifying, Race. Bis zur Qualifying müssen die Fahrer einsortiert sind, also vom Qualifying, also die Practice Sessions kann man sich noch anschauen. Hier sehen wir nochmal die Race Map hier vom Grand Prix von Aserbaidschan. Man muss sagen, Aserbaidschan war in den letzten Jahren tendenziell ein bisschen eher Mercedes-Strecke als Ferrari-Strecke. Aber das hat man auch zu China gesagt. Und in China haben die beiden Ferraris die erste Startreihe belegt. Also ich glaube, so alte Analysegewohnheiten der letzten Seasons sind aktuell nicht so ganz hilfreich, weil wie gesagt, da vorne auch mal Red Bull mitspielt. Und der Ferrari sich doch verändert hat und einen Sprung nach vorne gemacht hat. Und der Mercedes im Moment so seine Probleme hat, insbesondere bei den Reifentemperaturen. Also da würde ich nicht unbedingt sagen, dass da jetzt alte Regeln vergangenen Seasons gelten, das ist eher Mercedes-Strecke, das ist eher Ferrari-Strecke. Ich glaube, da kann sich dieses Season einiges ändern, wie wir jetzt schon in den ersten drei Rennen der momentanen Seasons gesehen haben. Und wie gesagt, wir haben ein Budget von 100 Millionen. Und deshalb habe ich ja eben schon angesprochen, ist ganz wichtig, dass Preis-Leistungs-Verhältnis. Man kann, Hamilton ist der teuerste Fahrer. Und man muss überlegen, in den ersten drei Rennen dafür, dass er der teuerste Fahrer ist, hat er im Moment nicht am besten performt. Da wäre Vettel zum Beispiel die bessere Wahl gewesen, der aber auch relativ teuer mit 28 Millionen ist. Das ist quasi schon ein Drittel ungefähr des Budgets. Und ein Verstappen von 19,7 Millionen ist auch relativ teuer für das, was er bisher abgeliefert hat durch seine zahlreichen Fehler und Probleme. Da muss man halt immer nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis schauen. Und wenn ich mir immer so vom Preis-Leistungs-Verhältnis angucke, dann sehe ich hier schon, dass eigentlich in Höckenberg und in Alonso gesetzt sind. Und Höckenberg 12 Millionen, vergleichsweise günstig und was er im Moment abliefert, ist richtig, richtig stark. Der qualifiziert sich gut, der kommt in die Punkte-Ränge, der fährt solide. Ein Höckenberg ist bei mir auf jeden Fall gesetzt. Ist ein super Fahrer, Höckenberg, ich mag Höckenberg. Kann man hier mal draufklicken, da sieht man hier in Nahaufnahme. Und hier die Nummer 27. Höckenberg fährt im Moment in Top-Form. Ich weiß, noch vor der Saison hatten viele befürchtet, ah, Carlos Sainz gegen Höckenberg im Renault. Könnte es sein, dass Carlos Sainz jetzt Höckenberg richtig fertig macht. Aber nein, Höckenberg hat im Moment voll das Momentum. Ist richtig stark unterwegs, fährt solide Punkte ein und ist eigentlich ja andersrum. Sind gegen F1-Experten und Analysen, die vor der Saison gesagt haben, Sainz räumt er jetzt groß auf. Ist Sainz der, der von Höckenberg aufgeräumt wird? Sainz im Moment irgendwie gar nicht gut unterwegs, hat so seine Probleme. Ich weiß nicht, was da los ist. Und wenn ich hier schon unter Höckenberg Alonso sehe, 11,5 Millionen. Ja, ganz ehrlich, ist Alonso eigentlich auch ein Muss. Im Moment, die McLaren's haben so ihre Probleme beim Qualifying. Was dann aber Alonso damit wettmacht, dass er im Rennen echt ein Biest ist. Der kommt Plätze nach vorne, der fährt echt nach vorne, der gibt sein Bestes. Und das gibt natürlich auch immer diese Bonuspunkte für gewonnene Plätze. Immer diese zwei Bonuspunkte. Da ist, glaube ich, in Alonso auf jeden Fall eine Pflichtwahl bei einem Preis von 11,5 Millionen. Ähm, natürlich, McLaren könnte ich mir gut vorstellen, dass über die Season auch gewisse technische Probleme kommen könnten. Hm, man muss auch schauen. Alonso hat ja natürlich auch Glück in Australien, das Qualifying, genauso wie das Safety Car, genauso wie Vettel da. Und viele Sachen haben da auch Alonso natürlich da geholfen, dass er gut Plätze nach vorne gekommen ist in den letzten Rennen. Aber Alonso ist ein super, super Fahrer, der versucht das Maximum aus dem Wagen rauszuholen. Selbst mit McLaren Honda hat er das Maximum da echt rausholen können. Und für 11,5 Millionen ist er bei mir eigentlich auch gesetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt haben wir hier schon ein bisschen was ausgegeben. Alonso und Hülkenberg. Aber ich finde, das sind zwei Fahrer, die für den Preis eigentlich gesetzt sind. Da kann man da natürlich schauen. Man muss auch überlegen, welchen Konstrukteur ich nehme. Das können wir jetzt ja auch mal überlegen, welchen Konstrukteur ich nehme. Hier sehen wir schon mal 30 Millionen. Ich glaube, Ferrari, Mercedes, da kann man im Moment sehr, sehr schwer analysieren, wer besser unterwegs ist. Man kann aber, glaube ich, sagen, das Hamilton und das Räikkönen. Andere, also wenn ich die Erfahrung der letzten Season sagen würde, würde ich sagen, Räikkönen. Aber wenn man sich jetzt die Pace von Räikkönen anschaut, bei den letzten Qualifyingen sind Bahrain rot-rot 1-2 qualifiziert. Auch in China 1-2. Da hat natürlich Räikkönen immer die ganzen Plätze im Rennen verloren. Das würde dann natürlich auch nach dem Regeln Minuspunkte geben. Deshalb Räikkönen ist halt noch so ein bisschen so ein Fragezeichen, wie sich Räikkönen über die Season halten wird. Und was Ferrari da punktetechnisch bringt. Aber ich glaube, man muss fast hier eins dieser Top-Teams nehmen, um da halt gut Punkte zu machen. Also entweder Mercedes oder Ferrari oder man nimmt echt was im Preis, sei es das Welt des Top ist. Und das müsste, also Force India fällt da im Moment einfach raus. Genauso wie Williams. Und Renault und McLaren, also wenn man natürlich sich die aktuelle Tabelle anschaut, dann ist natürlich der McLaren und der Konstrukteur-WM weit, weit vorne. Verhältnis ist stark, insbesondere für den Preis von 9,5 Millionen. Also der McLaren-Konstrukteur ist im Moment günstiger als ein Alonso, der 11,5 Millionen kostet. Und das, was das McLaren-Team im Moment abliefert, ist das dann halt verhältnismäßig sehr, 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 sehr stark. Und ich glaube, dass im Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was der McLaren kostet mit 9,5 Millionen, oder das, was er im Moment im Potenzial in der Weltmeisterschaft zeigt, sehr, sehr stark ist. Die Frage ist halt, wie sehr McLaren das über diese Weltmeisterschaft halten kann und er da langsam aber stetig gegen Renault verliert. Gegen Red Bull werden sie sowieso verlieren. Red Bull können sie im Moment nicht mithalten. Dass sie da in der Konstrukteur-WM vorne liegen, liegt halt nur daran, dass Red Bull da halt im Moment echt Probleme, also beziehungsweise dass McLaren überhaupt mal Stiche setzen kann, weil bei Red Bull liegt halt daran, dass Red Bull da echt Probleme hat, aber über die Season hinweg wird Red Bull, das sind das hier die drei Top-Teams, Mercedes-Ferr, Red Bull. Da wird sich halt fragen, wer best of the rest ist, Renault oder McLaren. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass über die Weltmeisterschaft hinweg Renault sich da doch besser weiterentwickelt, weil Renault halt den Vorteil hat, dass sie das Werksteam sind, dass sie den Wagen perfekt an die Weiterentwicklung des Motors anpassen können, während McLaren halt ein Kundenteam ist. Und da gab es halt schon in Spanien die ersten Probleme, wo sie nachbessern musste. Im Moment ist der McLaren ganz okay. Der Wagen ist insgesamt aerodynamisch recht ineffizient, weshalb er auf Geraden noch sehr, sehr langsam ist verhältnismäßig, oder er ist sehr, sehr langsam auf den Geraden. Das erste große Update für den McLaren soll ja, glaube ich, in Barcelona kommen. Er wird sich zeigen, was die Jungs da aus Großbritannien gemacht haben. Aber ich glaube, wenn man den Preis leistet, also ich glaube, mit Mercedes und Ferrari macht man hier nichts falsch, weil die werden die Punkte einfahren. Und Preis-Leistungs-Verhältnis sind wahrscheinlich Renault und McLaren noch beide sehr gute Möglichkeiten. Und da muss man dann natürlich schauen, wenn man, ich glaube, man muss sich entscheiden, entweder mit Mercedes oder Ferrari und dann schrägstrich, schrägstrich, schrägstrich oder Renault oder McLaren. Weil alle anderen Teams, Williams, na, Torosso auch nicht. Torosso hat jetzt mit Pierre Gassi mal Glück gehabt, sage ich jetzt mal in Bahrain. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir ihn über die Weltmeisterschaft nicht halten können. Das war so ein Lucky, Lucky Strike. Mehr war das nicht. Haas ist natürlich auch sehr, sehr günstig. 5,5 Mio. für die aktuelle Performance, die doch relativ stark ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Haas jetzt am Anfang der WM gute Position hat, sich gut halt präsentieren konnte. Aber Haas halt so ein Team ist, weil es relativ klein ist, weil es relativ wenig finanzielle Möglichkeiten hat, stetig über, also in der Weiterentwicklung über die Weltmeisterschaft hinweg immer weiter verlieren wird. Also gegen McLaren und Renault wird, glaube ich, Haas über die WM-Länge hinweg immer, immer weiter verlieren. Zumindest budgettechnisch. Renault und McLaren sind finanziell so, so viel weit vor Haas. Die Weiterentwicklung über die WM müsste da eigentlich echt, da wäre Haas, für den Preis kann man das vielleicht machen, aber ich glaube Haas, hm, sauber für 5 Mio. Die liefern halt, ist zwar okay, was sie im Moment machen mit Alfa Romeo, aber das ist halt, also muss ich glaube ich entweder entscheiden, was man setzt. Mercedes, Ferrari, Renault, McLaren. Bei Renault, McLaren sehe ich aktuell McLaren vorne, aber über die WM hinweg würde ich da, glaube ich, eher Renault nehmen, wenn ich auf längere Sicht plane. Aber man weiß halt auch nie, was McLaren da in Barcelona dann auspackt mit ihrem ersten Update. Mercedes, Ferrari ist halt auch die Frage. Im Moment ist Ferrari stärker, ein bisschen weiter vorne, nein, in der Konstrukturswertung ist glaube ich sogar Mercedes vorne, ist halt die Frage, wie schätzt man Raiköhn ein. Aber Ferrari ist auch ein bisschen günstiger und meine Sympathien sind auch ein bisschen bei Ferrari, da setzen wir mal auf den Ferrari. Da ist aber schon mal 27,5 Mio. los, da habe ich noch 49 Mio. Da, wenn ich dann schon Hamilton einpacke, dann seht ihr, dann wird es schon ganz schön, schon arg eng mit dem Finanziellen. Da ist die Frage, was packen wir da jetzt rein. Ich könnte, ich packe jetzt einfach mal ein Vettel rein. Da haben wir noch 21 Mio. Dann müssen wir schauen, wie gesagt, die Force Indias, die bringen im Moment einfach nicht die Leistung. Carlos Sainz auch nicht, Stroll, Van Dorn, wie gesagt, ich habe schon Alonso und Pierre Gasly hatte sein Lucky-Ding da in Bahrain. Aber ansonsten, der Torosso ist glaube ich einfach zu schwach insgesamt, um da wirklich was liefern zu können. Sirotkin sowieso. Die Haas, die Haas. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Kevin Magnussen ist im Moment richtig, richtig stark. Der holt da echt einiges aus dem Haas raus. Ist natürlich ein Unsympath. Also ich mag, also persönlich ist einfach ein Arschloch, äh, äh, Magnussen. Das muss er halt einfach sagen. Ich glaube, das weiß er auch selbst. Äh, das ist er halt, ähm, also sympathischer Typ ist das nicht. Aber er fährt im Moment stark und holt viel aus dem Haas raus. Und für den Preis von 7,5 Millionen kann man das eventuell, glaube ich, machen. So. Und dann ist die Frage, Charles Leclerc kostet nur 4,5 Millionen. Ich muss sagen, ich mag Charles Leclerc. Für die nicht wissen, wer Charles Leclerc ist. Das ist ein Nachwuchsfahrer, äh, beziehungsweise er war ein Nachwuchsfahrer. Aber jetzt fährt er ja in der Formel 1. Der in den unteren Rennklassen letztes Jahr in der Formel 2, oder hieß es da noch GP2? Oder ne, ich glaube, es hieß schon Formel 2. Ich bin mir gerade nicht sicher, doch, es hieß doch schon Formel 2. Ähm, im Fall richtig, richtig krass abgeliefert hat. Der hat den Nachwuchsserien richtig krass abgeliefert. Ist ein Riesentalent, richtig stark. War auch, äh, stand auch im Konten, beziehungsweise war ein Freund von Jules Bianchi. Ähm, äh, ist auch ein mega sympathischer Typ. Ich mag Charles Leclerc mega gerne. Ähm, das ist ein super, super Typ. Und ich hoffe wirklich, dass er da in der Formel 1 nach vorne kommt. Und der ist halt, im Moment, der hatte seine, der hat, beziehungsweise im Moment so seine Anfangsführigkeiten in der Formel 1, auf den Wagen klarzukommen. Ähm, wie gesagt, der hat in den Nachwuchsserien groß abgeliefert. Und, ähm, es ist jetzt natürlich dann schwierig, ähm, sich da dann perfekt einzufinden in der Formel 1. Und der wird, glaube ich, einen noch paar Rennen brauchen, um sich da zu etablieren. Aber ich glaube, dann wird er, dann, der ist halt ein Riesentalent. Und, ähm, das, das verschwindet ja nicht einfach. Das wird er abliefern in der Formel 1, früher oder später. Und wahrscheinlich wird er sich Barbald einfinden und seinen Fehlern lernen. Und für 4,5 Millionen ist dann Charles Leclerc wirklich, glaube ich, ein super, super Ding. Mega günstig. Könnten wir, so, jetzt haben wir aber halt noch 9 Millionen übrig. Wir haben jetzt ein Team zusammengestellt mit Höckenberg, Alonso, Vettel, das ist stark. Magnussen ist auch im Moment gut stark. Und Leclerc kriegt günstig, sage ich mal. Ähm, aber in dem sehe ich halt großes Potenzial. Denn was man auch sehen muss in, in diesen Fantasy-Spielen geht es halt auch darum, darauf zu spekulieren, wie halt die Fahrer in der, in der Zukunft, ähm, performen werden. Und wie ihre Wertsteigerung sein wird, damit, wenn man die Fahrer dann später anpassen will und man den Fahrer wieder verkauft, wenn er möglichst viel Geld wieder bekommt, um dann halt das Team anzupassen. Und, ähm, da, wie gesagt, mit den Finanzen gut zu Hause zu halten, weil am Anfang haben wir gesagt 100 Millionen, äh, und dann später wird sich das dann aber halt ändern, je nachdem, wie die Fahrer performen. Das wird dann, oder zumindest gehe ich mal davon aus, dann nach ihrer jeweiligen Performance dann live angepasst, die Preise und die Werte der Fahrer. Ich glaube, da ist ein Charles Leclerc, bei dem kann es eigentlich nur bergauf gehen, sage ich mal. Ähm, Kevin Magnussen, das ist auch, Hülkenberg fährt im Moment super, Alonso fährt super. Vettel, ja, Vettel 28 Millionen, das ist schon teuer, muss man ganz ehrlich sagen. Das Problem ist, wir haben hier 9 Millionen übrig. Ich könnte theoretisch auch einen Leclerc kicken und sagen, wir holen hier einen, einen Stoffel van Dorn. Ginge auch. Die Sache hier bei der, ist halt nur, dann haben wir zwei, äh, McLaren-Fahrer. Und da, da verlieren wir einmal den, den Bonus für, also den potenziellen Bonus für die besseren Fahrer aus dem Team. Muss auch sagen, Stoffel van Dorn ist, glaube ich, ein sehr, sehr underrateder Fahrer-Moment in der Formel 1, weil er neben Alonso fährt. Und Alonso ist ein echt, ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Fahrer-Moment in der Formel 1. Also er gehört auf jeden Fall ganz, er ist einer der absoluten Top-Fahrer. Und wenn man neben dem fährt, dann steht man natürlich in einem sehr, sehr großen Schatten. Und, ähm, da ist es natürlich schwierig, äh, sich da groß, äh, vorzustechen und zu zeigen, was, was, was für ein Talent man hat. Aber selbst, ähm, wenn man sich, äh, die Zeiten und die Qualifyings anschaut, dann ist, was die bloße Rundenzeit angeht, und Van Dorn teilweise gar nicht so weit weg von Alonso, also sieht man schon, was für ein Talent und was ein Potenzial in einem Van Dorn steckt. Ähm, nur im Rennen, muss man dann sagen, äh, liefert Alonso, äh, gegenwärtig doch nochmal wesentlich mehr ab als Van Dorn. Da hat im Moment irgendwie Van Dorn insbesondere bei dem Start seine Schwierigkeiten. Und gut, in China hat er ja da irgendwie einen Schaden am Unterboden, aber ich glaube, der war sogar selbst, ähm, so ein Schaden, der, der selbst verantwortet war, als er, glaube ich, einen Ausritt ins Kies gemacht hat, ähm, war dann natürlich ärgerlich, dass der, dass der Schaden dann übers Rennen, äh, war. Ein Van Dorn ist aber durchaus ein gewisses Potenzial, der hat ein Potenzial, der ist auch ein solider, guter Fahrer. Ähm, ist halt, aber wenn man neben einem Alonso steht, ist es natürlich schwierig, dass dann auch, äh, dass alle Leute das feststellen. Der kostet 8 Millionen, das ist jetzt auch nicht teuer, also ist eigentlich ein super Preis für einen Van Dorn, glaube ich, was der liefert, gegenwärtig. Die Sache ist halt nur, dass ich hier den Bonus verliere und den Bonus würde ich eigentlich gerne haben. Und ich glaube, mit dem Charles Leclerc, dann habe ich aber halt noch 9 Millionen übrig. Da habe ich halt nicht perfekt den, hier mit dem Preis, äh, mit meinem Geld gehaushaltet, ist die Frage Bottas. Bottas fährt im Moment auch super stark. Auch wenn ich gerade bei einem Bottas glaube, dass er das über die WM-Season hinweg nicht in der Form halten wird, sondern da halt knallhart hinter, oder stark hinter, ähm, dass er da stark hinter, äh, Hamiltons zurückfallen wird. Hm. Ist halt die Frage, ist halt die Frage, Bottas hat schon 101 Grand Prix Starts, ah, okay, hm, okay. Okay, nein, was, man könnte natürlich so, ich tue mal, so Alonso und Hülkenberg sind gesetzt, wir könnten einen Bottas reinsetzen, da habe ich noch 23 Millionen, da könnten wir noch einen Magnussen, Ne, können, können wir mit 23, können wir dann, ähm, Riccardo, 3, ah, wenn ich, wenn da jetzt noch Charles Leclerc reinpassen würde, wäre perfekt, da fehlt uns eine Millionen. Können, Moment, Verstappen ist gut. Fuck, da fehlt uns eine halbe Million, aber das wäre auch, das wäre, glaube ich, eine richtig starke Kombo. Bottas-Punkte, gut, Verstappen ist halt sehr, ist halt so eine Sache, wie der im Moment halt performt, ob er, ob er jetzt aus seinen Fehlern jetzt lernt nach, China kompieren, sich entsetzt im Zaum halt, aber, und, ähm, da nicht immer wieder rüppelhaft irgendwo reinfährt, komische Sachen macht und dann hinten dann halt ausfällt oder sich Schaden, äh, am Fahrwagen holt. Ah, das wäre, glaube ich, eine gute Kombi gewesen, aber das passt fast nicht ganz vom, was man, wäre dann das, ähm, das wäre, glaube ich, auch richtig stark. Alonso, Hülkenberg, Magnussen, Riccardo, Reiköhn. Ist die Frage, ob was besser ist, ob es so besser ist, Alonso, Magnussen, Hülkenberg, Vettel und Charles Leclerc. Oder halt, ähm, wir tauschen die beiden gegen Raiköhn und Riccardo. Also Riccardo ist halt die Sache, ähm, wenn man, wenn man Verstappen und Riccardo vergleicht, ist aktuell, äh, einfach von der Pace her, einfach von der Qualifying-Pace her und auch von der Renn-Pace her, einfach von den Routenzeiten gesehen, Verstappen ist der schnellere Fahrer, Verstappen ist schneller als Riccardo. Was aber Riccardo, äh, wo Riccardo den Vorteil hat, ist, er ist der wesentlich konstantere Fahrer. Er ist der wesentlich, ähm, bedachtere Fahrer, der auch seine soliden Punkte in guten, starken Überholmanövern einfährt. Und Verstappen macht halt einfach noch viel zu viele Fehler. Er ist an sich schneller, aber haut da halt seine Fehler rein. Deshalb glaube ich, was Punkte angeht, Riccardo, der, der sich, also von, von der Konstanz her die sicherere Wahl wäre. Und die finanziell nehmen die sich jetzt auch nicht so viel. Aber ich glaube, ich würde da eher auf Riccardo gehen, als auf Verstappen. Räikköen ist halt ein so großes Fragezeichen im Moment. Der liefert einfach von den Qualifying-Sales, war im Moment, war super. In Australien hat er sich auf Platz 2 qualifiziert, vor Vettel sogar. Und, äh, sowohl in China als auch bei Rhein immer Platz 2 im Qualifying, dann hinter Vettel, aber trotzdem richtig, richtig stark. Nur im Rennen ist es dann immer nach hinten gegangen. Gut, in China war es Vettels Schuld, dass Räikköen dann nach hinten durchgereicht wurde. Er hat dann nach rechts, äh, gedrückt nach dem Start, um sich zu verteidigen gegen Räikköen, der einen besseren Start hat als Vettel. Und deshalb hat Räikköen dann, kann man sagen, das Rennen gekostet, in Anführungszeichen. Also dann nach hinten gereicht, dass Bottas da durchgekommen ist, was dann eventuell sogar Vettel das Rennen gekostet hat. Also wäre es von Vettel vielleicht sogar schlauer gewesen, Räikköen nach dem Start durchzulassen, weil, äh, später im Rennverlauf hätte Räikköen immer noch Vettel nach vorne lassen können. Ähm, da hätte man natürlich dann was machen können. Dabei, da hat Vettel eventuell gegen eine harte, hat mit einer harten Verteidigungsmanöver gegen Räikköen und beim China Grand Prix Start, äh, sich den eigenen Rennsel kaputt gemacht. Aber gut, das ist alles Spekulation. Räikköen ist im Moment so eine Frage. Aber was, was, welche Alternative habe ich da mit, äh, 21 Millionen? Könnte ich Verstappen reinsetzen, aber Verstappen ist, glaube ich, im Moment das Geld, ob er das Geld wert ist, weiß ich nicht. Ich muss mal schauen, wie er aber im Moment nach dem China Grand Prix jetzt performen wird, ob er wirklich was draus lernt oder ob er halt, wie gesagt, weiter seine ungestüme Fahrweise hat. Aber wir verlieren da natürlich den, den Top Qualifying-Bonus, den Top Qualifying-Bonus verliere ich hier sowieso, weil dann wird wahrscheinlich Verstappen besser performen als Riccardo. Und wenn ich, wenn ich hier Räikköen nehme, werde ich den sowieso nicht kriegen, weil da Vettel vorne ist. Also ist es da fast egal, ob ich da Verstappen oder Räikköen reinsetze und nur mit dem Unterschied, dass, wenn man sich die Preise anguckt, 3 Millionen ist fast das Gleiche und Räikköen unterm Strich, glaube ich, dann doch mehr Punkte einfahren wird als ein Verstappen und sich auch besser qualifizieren wird. Alleine, weil er im Ferrari sitzt. Also ich glaube, ein Räikköen im Ferrari für 20 Millionen und ein Verstappen in einem Red Bull für 19,7 Millionen ist, glaube ich, in Räikköen die bessere Wahl. Weil, weil, ähm, der Ferrari da dann einfach im Verhältnis dort doch zu stark ist und der Red Bull dann vielleicht auch nochmal seine technischen Probleme hat, Verstappen seine blöden Fehler macht. Und was man Räikköen, äh, nicht angreifen kann, gut im Bahrain, das war, das ist doof gelaufen, dafür konnte er nix. Aber das ist ein, äh, ist, er fährt im Moment, er ist ein konstanter Fahrer, der so konstant durchaus die Punkte einfährt, der wird gerne mal nach hinten gereicht. Man hat auch das Gefühl bei Räikköen, dass er nicht mehr den Biss hat, den er mal hatte, ähm, äh, beziehungsweise, ich bin ja sowieso, ich weiß, Räikköen, der Iceman hat Riesenfans, also riesige, äh, also nicht Riesenfans, sondern riesige Menge an Fans. Ich bin ja so ein bisschen, also für mich war Räikköen noch nie der große Top-Fahrer, noch nie. Selbst, er hat nur, er hat eine WM gewonnen 2007, aber selbst diese WM in 2007 war sehr, sehr glücklich. Wenn man sich schaut, nämlich seine beiden Konkurrenten, Hamilton und Alonso, haben sich da im Meklan gegenseitig auseinandergenommen, gegenseitig behindert, gegenseitig geschadet, ähm, und wenn da, und da, selbst das hat Räikköen nur durchaus knapp gewonnen am Ende der Weltmeisterschaft. Ähm, wenn da Meklan fest entweder auf Hamilton oder auf Alonso gesetzt hätte, ähm, wäre da einer von den beiden Meklanen so stark Weltmeister geworden, da hätte Räikköen keine Chance gehabt. Räikköen war in dieser WM der sehr, sehr glückliche Dritte, der davon profitiert hat, dass sich ja, wie gesagt, die beiden Meklanen, Alonso und Hamilton, da wirklich auseinandergenommen und die Punkte weggenommen haben. Unterm Strich, ähm, war 2007, jetzt kann ich, ich würde nicht sagen, es ist eine unverdiente Weltmeisterschaft gewesen, aber eine sehr, sehr glückliche Weltmeisterschaft für Räikköen. Ähm, die aber halt, äh, für mich halt dann trotzdem zeigt, dass Räikköen noch nie, also er ist ein guter Fahrer, er ist auch durchaus ein sehr guter Fahrer gewesen und kann das vielleicht auch immer mal wieder zeigen, aber er war für mich noch nie der große, großartige Fahrer, wie es ein Alonso ist, zum Beispiel, ähm, sondern wie gesagt, der seinen Weltmeistertitel sehr glücklich verdient hat 2007. Aber nichtsdestotrotz, im, 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 an sich schon im Ferrari kann der eine okaye Performance abliefern und Punkte einfahren. Ich glaube, dass, wie ich es hier jetzt habe, Alonso, Magnussen, Hülkenberg, Riccardo, Räikköen, ist das schon eine sehr, sehr gute Kombi, mit einem Budget von einer Million noch übrig, was auch, ähm, okay ist, äh, da bin ich gut, da habe ich gut mit meinem Preisgarer haushaltet. Jetzt müssen wir noch einen Turbodriver auswählen. Turbodriver ist ein geboosteter Fahrer, der doppelte Punkte erzielen wird. Das werde ich dann, ähm, und der muss auch, ähm, man kann Fahrer mit einem Preis höher als 19 Millionen nicht auswählen. Und da werde ich, glaube ich, Alonso nehmen. Alonso ist halt im Moment richtig, richtig stark unterwegs, ähm, macht halt im Rennen echt seine Punkte. Und, äh, ach, jetzt sind wir hier gelandet. Da kann ich, gehe ich nochmal auf Edit Team. Ähm, äh, der macht im Moment halt seine Punkte, der fährt richtig stark im Meklan, der holt da echt alles raus. Ich glaube, auf Alonso ist er, ist auf jeden Fall da kein falsches Pferd. Man könnte es, glaube ich, auch auf Hülkenberg setzen, ähm, aber Alonso ist halt richtig, richtig stark. Die Frage ist halt mit Räikköen und Riccardo, ob nicht die Alternative Vettel, ähm, Leclerc besser ist, aber ich glaube, die machen beide ihre konstanten Punkte und Räikköen und Riccardo. Naja, egal. Änderungen behalte ich mir vor bis zum Aserbaidschan Grand Prix. Ich habe ja jetzt auch schon hier eine halbe Stunde gelabert und ein bisschen hier was zu den Fahrern erzählt. Äh, Paris muss ich nochmal was zu sagen. Paris ist, äh, auch, glaube ich, ein sehr unterschätzter Fahrer, der in seiner Anfangszeit durchaus Probleme hatte, auch bei Meklan, da viele, viele Fehler machte. Ähm, aber den Force im Force India in den letzten Jahren immer sehr, sehr gute Performance gezeigt hat, immer sehr stark war und gezeigt hat, dass er Potenzial hat. Ähm, deshalb, Paris ist ein super Fahrer, aber für 12 Millionen im Force India im Moment no chance. Das ist er im Moment einfach nicht wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dafür ist der Force India im Moment einfach viel, viel zu schlecht. Ähm, genauso wie die Williams im Moment viel, viel zu schlecht sind oder die Toro Rossos. Wie gesagt, das war Lucky mit Gasly, aber ich glaube, das wird er nicht wiederholen können. Ähm, so, aber das jetzt zu meinem Team. Alonso, Magnussen, Hülkenberg, Ricardo, Raikönen, Ferrari, Konstrukteur. Könnte man, glaube ich, hier McLaren oder Renault noch als Alternative nehmen, dann könnte man vielleicht stattdessen dann eher so hier so ein Vettel oder so noch mehr reinnehmen. Da könnte man eventuell punktetechnisch ein bisschen noch was rumspielen, aber ich glaube, mein Team, so wie es ist, ist ganz gut und stark. Eventuell werde ich die, die Practice, äh, also die, 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 die freien Trainings hier noch abwarten, schauen. Ähm, und eventuell mache ich dann meine Alternative, Kombi dann doch nochmal mit, wo haben wir Leclerc, äh, Leclerc und Vettel, eventuell auch Vettel und Van Dorn. Muss ich nochmal überlegen, da verliere ich zwar den Bonus, aber es könnte halt trotzdem sein, dass ein Van Dorn unter dem Strich mehr Punkte dann macht als ein Leclerc. Ja, der ist halt, Leclerc ist halt trotzdem nur im Sauber, das muss man halt auch sagen, und Van Dorn darf man nicht unterschätzen, der fährt halt auch gut die Punkte ein. Vettel sowieso, aber Vettel kostet auch 28 Millionen. Ja, hm, ist schwierig, man muss sich für irgendwas festlegen, ich bleibe jetzt erstmal bei Raiköhn und Riccardo, ich glaube, dass sie beide fahren unterm Strich konstant und gut ihre Punkte ein. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen, F1 Fantasy, hier ein kleiner Einblick, ähm, ich hoffe, ihr spielt auch F1 Fantasy. Wenn ihr Bock auf Formel 1 habt, ähm, das ist wie gesagt, das ist natürlich das Tolle, was ich sehe, man muss sich jetzt mit Fahrern beschäftigen, mit denen man sich normalerweise nicht beschäftigt. Damit wird man gezwungen, sich ein bisschen mehr mit Formel 1 auseinanderzusetzen, was ich sowieso schon mache, also ich bin sowieso rund um die Uhr, Formel 1 News, Trainings, Zeiten, gucke ich mir eh alles an. Ähm, aber wenn man das nicht so macht und sich dann Rennen anguckt und den Herrn jetzt zum Beispiel Magnussen hat oder so, äh, der jetzt mal vielleicht mal weiter hinten ist, dann achtet man vielleicht mehr drauf, setzt sich damit Fahrern auseinander, mit denen man sich, wie gesagt, normalerweise nicht auseinandersetzt, beschäftigt sich damit. Und ich glaube, dass es dann durchaus bereichert, so eine F1 Fantasy League, ähm, da mehr in die Formel 1 einzusteigen. Ähm, ja. Also, äh, kostet nichts, kostet nicht viel Zeit, wie gesagt, ich habe jetzt viel rumgelabert und gemacht, aber man kann auch einfach sagen, hey, ich stelle mir das jetzt mal auf Jux auf der Reihe zusammen. Wie gesagt, im Endeffekt ist es immer noch auch ein sehr, ein Spiel mit sehr viel Glück, weil es kann alles passieren in der Formel 1, da kann einfach mal irgendwie Raikön einen Unfall bauen, da kann in der Boxen-Crew irgendein Unfall passieren. Deshalb ist es im Unterstrich auch immer noch ein sehr starkes Glücksspiel, natürlich mit einer sehr starken Komponente an, wo man, man kann natürlich trotzdem analysieren und die Stärke der Fahrer sich schauen und Preiseinswälters, etc. Also, ähm, aber auch wenn ihr nicht so viel Ahnung von F1 habt, vielleicht ist das hier die Möglichkeit für euch in die Formel 1 einzusteigen und euch ein bisschen damit zu beschäftigen. Auf mich würde es gefreuen, wenn ich hier mit zumindest ein paar Leute, äh, dafür begeistern konnte, zumindest mal hier einzusteigen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und, ähm, F1 Fantasy, wie gesagt, Formula1.com Gaming und dann auf Fantasy und dann einfach anmelden geht's super schnell und dann erstellt ihr euch euer Team und dann geht's los. Äh, haut da rein, bis dann, euer Andi. Ciao. 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 Ciao.